So schön, wieder hier zu sein. Endlich mal wieder im Sommer im Hotel 13. Ich würde zu gerne mal wissen, was Tom so denkt. Ist die Karte an mich? Und wer ist dieser M? Ich muss Zimmer 13 finden. Wie kann es sein, dass dein ganzes Zimmer verschwindet? Wenn ich doch nur die Zeit anhalten könnte. Was hat Tom Fou? Den muss ich im Auge behalten. Naja, ich bin ja eh der Boss. Und Flo? Denkt der wirklich, er kann bei Victoria landen? Lächerlich. Ich glaub, sie mag mich doch. Meine Haare werden ganz trocken. Wie das Meer riecht. Die Muscheln. Das ist ein schönes Muster. Toll. Lauter verrückte Leute hier. Perfekt. Endlich mal im Sommer mit Anna. Das wird großartig. Okay, nochmal. Diesmal muss es einfach klappen. Ich will unbedingt shoppen gehen. Ladies and Gentlemen, der fantastische Flo. Komm, bin ich hier nur gelandet. Hoch. Mensch, Flo. Nicht schon wieder. Komm, wir machen ein Bild. Leute, Hotel 13, guck ein Foto. Check um drei, zwei, eins. Juhu! Hotel 13, die neue tägliche Serie. Ab September. Nur bei Nickelodeon.